Musik Batman! So und mit Batman fangen wir doch einfach mal an. Herzlich Willkommen, Ladies und Gentlemen. Wir stehen hier mitten in London auf der Palmall Road. Das ist extra für uns hier alles abgesperrt worden. Aber nicht nur für uns, nein, auch noch für 120 andere Autos. Denn wir sind Teilnehmer beim Gumball Rally. Das ist die krasseste Rally, die eigentlich dieser Planet jemals gesehen hat. Und für mich wird am heutigen Tag tatsächlich ein Kindheitstraum wahr. Seit zwölf Jahren habe ich auf die Chance gewartet, hier mitzumachen. Und heute, heute mache ich mit! Wir werden also die nächsten sieben Tage miteinander unterwegs sein. Auf engstem Raum. Joke und ich fahren in diesem schönen Gefährt. Aber wir können ja nicht einfach so hier aus Jux und Dollerei im Kreis fahren. Das würde ja überhaupt gar keinen Sinn machen. Ja, wir haben uns natürlich etwas vorgenommen. Wir haben eine gewisse Verantwortung auch der Sendung gegenüber. Und deswegen werden wir beide heute, und nicht nur heute, und das wird glaube ich das Schwimmen an der Sache, die nächsten sieben Tage eine Extended Version, eine XXL-Version unseres beliebten Spieles Wenn ich du wäre spielen. Wenn ich du wäre, Unlimited beim Gumball. Da muss man sich aber erst mal wieder dran gewöhnen, an dieses ekelhafte Gefühl, was man immer kriegt, wenn man dem an... Na ja, gut. Also es geht schon. Wie es ist. Ja, also wir haben uns wieder mal in den Körper des Feindes begeben. Und ich würde sagen, ab jetzt oder 24-7 läuft das Spiel. Fangen wir doch direkt an. Weil, Lars, wenn ich du wäre, ne, würde ich die ganze Rallye... Du hast so einen schönen 3-Tage-Bad, kannst du gerne lassen. Aber ich würde, wenn ich du wäre, mir jetzt ein Oberlippenbad stehen lassen und den die ganze Rallye durchziehen. Ach, du bist so ein Wichser, ey. Die haben über mich gelacht. Hier kam gerade so ein Italiener rein mit so einer Kamera in der Hand. Der hat sich wohl totgedacht. Ja, das würde ich sagen, die erste Aufgabe ist schon mal ganz gut erfüllt, dass sie jetzt ein paar Tage dauert. Tut mir natürlich wahnsinnig lecker. Sieht aus wie Burt Reynolds mit Down-Syndrom. Echt? Ja, ich wollte gerade sagen, nur wie Burt Reynolds in Scheiße. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, dass es hier losgeht. In diesem Sinne, gentlemen, start your engine. Musik 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 So, jetzt fahren wir hier auf den Zug drauf, wir sind jetzt hier am Eurotunnel. Wenn ich du wäre, würde ich ihm übrigens einmal eine knallen und dafür zwischendurch legt. Bonjour, mesdames et messieurs, wir sind gerade angekommen in Frankreich. Bienvenue. Gut, also wir sind in Frankreich, nur um Frankreich auch gleich wieder zu verlassen, denn wir fahren Richtung Belgien jetzt. Wie willst du eigentlich mal fahren, Egon? Ich habe irgendwie langsam hier die Schnauze voll. Boah, wenn ich du wäre, würde ich so 100 Kilometer schon noch selber fahren. Wenn du jetzt in die Karre fährst, dann ist Feierabend. Wenn ich du wäre, würde ich... Nein. Wir sind nämlich die Einzigen tatsächlich. Wir sind die Einzigen, die nicht tanken müssen, weil wir einen Diesel haben. Ja, die ganzen Idioten heizen hier wie die Weltmeister und wir sind noch keine 200 Kilometer gefahren. Schon müssen die alle an die Tankstelle. Die Kollegen kennt ihr ja schon hier, das sind unsere Ärzte, die uns versorgen die ganze Zeit. Und da muss man natürlich auch einfach für die da sein. Man kann ja nicht immer nur nehmen, man muss auch mal geben. Deswegen würde ich jetzt sagen, Klaas, wenn ich du wäre, würde ich den Jungs jetzt einfach mal die Tankfüllung zahlen. Kannst du schon mal hingehen und Bräune machen. Ja, Alter. Scheiße, 115, 115. Alter, weißt du, was ich das gerne gekostet habe? 115,56 Euro. Ohne Scheiße, das ist echt viel Geld für mich. Ist blöd, ne? Ärgerlich. Gestern haben wir uns aufgeregt, weil wir umsonst 20 Dollar oder Pfund Eintritt gezahlt haben in London. Und heute bezahle ich für nichts und wider nichts. Wir sind Typen, dem die Kohle aus jedem Loch kommt, bezahle ich 115,56 Euro. Und dann, ne? Fuck, wo war der? Arrgh, Scheiße! Hallo, Sir. Guten Morgen, guten Morgen, Sir. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich bin froh, dass du blöd bist. Bei unserem Radar. Du bist 157 Kilometer pro Stunde. Also, du bist 175 Kilometer pro Stunde. 135 Euro pro Stunde. Oh, 135 Euro? Fuck! Das ist dasselbe, was ich gerade für den Tank bezahlt habe. Danke. Das ist so witzig. Du bist aber am ersten Tag. Boah, jetzt fangen wir mal ein bisschen ordentlich, ne? Jetzt rast er aber nicht so, ne? Na, wenn ich drüber würde ich nicht die Geschwindigkeit überschreiten, ne? Dann halte ich mich gleich dran. Ich fand's witzig. Boah, das gibt's doch echt nicht, oder? Es ist ganz spät nachts und wir sind in Amsterdam. Und wir sind jetzt vor dem Club angekommen, wo die heutige Gumball Party stattfindet. Und somit dann so klangt. Ich bin froh, oder? Das war nicht so so. Wie entwütigend. Ja. 20 vor 8. Das ist echt so ein bisschen uncool. Also das war ich ab. Papa, du.